Heute zeige ich euch einen Trick, wie man eingerahmte Bilder aufhängt. Es ist ein langes hin und her, wenn man sich Bilder an die Wand hängen will. Man versucht das Bild gerade zu halten, damit es nicht schief aussehen wird und probiert ewig herum. Vor allem Augenmaß ist gefragt und das ist bekanntlich nicht die präziseste Methode. Aber es geht auch viel einfacher. Alles was wir brauchen ist Tesafilm. Den Tesafilm kleben wir zwischen die beiden Löcher auf die Rückseite eines Bildes. Jetzt hat man den Abstand zwischen den Löchern und muss nur noch den Tesa abziehen und ihn an die Wand dorthin kleben, wo das Bild hängen soll. Mit einem Handy mit Wasserwagen Funktion oder einer richtigen Wasserwaage kann man jetzt ganz leicht sehen, ob der Film gerade an der Wand klebt und notfalls etwas nachbessern. Und schon kann man mit bestem Gewissen die Nägel in die Wand hauen und weiß, das Bild wird perfekt hängen. Kinder leicht, oder? Viel Spaß mit diesem genialen Trick! Der Film im Auftrag Vielen Dank.